Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Sparks Challenge. Mittlerweile schon im neuen Jahr, die Sounds sind ein bisschen zu laut. Aber nee, das war nicht hier. Geräusche packen ich mal wieder auf 25%. Und ja, neues Jahr 2014 hat begonnen. Für mich ist noch immer hier, ich weiß nicht ob man was gut sieht. Aber hier der 27. Ne, sieht man gar nicht. Egal. Es ist noch immer der 27. bei mir. Sprich, ja, ich sag zu oft, sprich, egal. Was will ich heute machen? Ich will erstmal schauen, dass ich kurz hier meine Kühe bzw. meine Schweine vermehre. Einfach um Nahrungsvorräte mir zu schaffen, obwohl ich hier nicht glaub, das reicht. Ich glaub, das reicht noch für die gesamte Challenge hier. Wow, eine Karotte. Das ist... Wow, 5 Karotten. Wow. Ich bin echt überwältigt von meiner Ausbeute. Ich geh mal kurz nachsetzen. So, hier dürften sowieso schon ein paar gewachsen sein. Das passt. So, die Karotten. Kann ich ja mal nachsetzen. Ich finde Karotten bringen mehr. Oh, Melone. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht damit? Nein, habe ich natürlich nicht. So, und jetzt ab. Nein, wollte ich nicht. Und jetzt ab die Schweine und Kühe vermehren. So, Karotte kommt mal her. Zack, 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 zack. Und mit Weizen. Zack, 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 zack. Und für dich ist nix. Ha, 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 ha. So, jetzt kann ich noch. Habe ich nicht mit. Okay. Ich dachte sonst könnte ich die Hühner auch noch vermehren, aber... Falsch gedacht. Hätte ja sein können. Egal. Muss ja nicht sein. So. Habe ich hier noch irgendwo Enderperlen? In meiner hervorragenden Ordnung. Ich sehe gerade keine. Nein. Nein, habe ich nicht. So, dann packe ich den Lust hier mal rein. Weil für zwei Enderperlen reicht das dann noch. So, und hier kann ich mal die... Ein bisschen Nahrung reinpacken, so. Und ich habe mir gedacht, wir begeben... Oh, ich habe noch Enderperlen. Okay. Ich habe mir gedacht, wir begeben uns mal auf eine kleine Suche. Und zwar... Äh, was wollte ich jetzt erzählen? Und zwar auf Dings. Ne? Ja, Dings. Dings ist gut. Auf Hunde, beziehungsweise auf Wolfsuche. So, was will ich hier mitnehmen? Und ich will viele Knochen mitnehmen. 20 reichen. Eine Schaufel will ich noch mitnehmen. Habe ich noch Eisen? Bitte sag mir, dass ich... Oh ja, ich habe noch ein bisschen. Ähm... Eine Schaufel noch. Weil... Ich will mir dann auch noch gleichzeitig... Äh, ein bisschen... Dings... Holen. Ich sage zu oft Dings, es ist schickal. So. Gut. Ab geht's. Ich habe mir gedacht, da es jetzt gerade Mittag ist, werden wir versuchen... Ähm... In Richtung Dorf zu gehen, denn da gab es einen großen Wald... In der Nähe. Sag einmal. Ähm... Muss ich mich jetzt hier die ganze Zeit räuspern, oder was? Ich kann es ja wohl nicht angehen hier. So. Denn in Richtung... Äh... In Richtung Dorf, beziehungsweise in Richtung... Ja, Dorf ist es eigentlich. Ähm... Also Wüstentempel, Dorf, dort in der Gegend, gab es ja einen großen Wald. Den ich noch nicht angeschaut habe. Und dort... Denke ich mal... Könnte vielleicht irgendwo ein Schneegebiet in der Nähe sein. Beziehungsweise... Könnte dort... Ähm... Könnten dort Wölfe sein. Das wollte ich sagen. Und irgendwo hier war der doch. Irgendwo da. Oder? Irgendwo hier war der. Kann ich mich noch genau erinnern, dass... Hier waren wir. Auf jeden Fall. Das war ein Creeper. Daran kann ich mich noch erinnern. So. Hier irgendwo, oder? Sag mir, dass ich mich jetzt nicht verirrt habe. Aber nach Hause finden würde ich sowieso noch. Von dem her ist das auch relativ egal. Was denn hier? Oh, hier ist uns cool aus. Egal. Wir werden jetzt noch mal kurz was fräsen. Und dann geht es noch schnell ab hier. Ich weiß nicht. Ich habe so den Zeitdruck jetzt auch. Ich habe keine Ahnung wieso. Einfach weil ich in der Challenge so überhaupt noch nicht weit bin. Mit 24 Zielen. Es geht. Es geht. Aber wenn man jetzt schaut. Ich habe 41. Das ist jetzt der 41. Part von mir. und andere beziehungsweise Skate zum Beispiel hat gerade mal 25, glaube ich. Und schon über 26 Ziele, oder was? Und ja, ich meine, es ist krank. Einfach nur krank. So. Müsste hier jetzt nicht irgendwo mal das Dorf kommen? Vielleicht. Maybe. Maybe bitte. Also, das wäre schön, wenn jetzt hier irgendwann mal das Dorf kommen würde. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Also, das glaubt ihr mir schon, oder? Ich weiß jetzt nicht, will Minecraft mich verarschen, oder ist hier das Dorf nicht? Sag mal. Was ist denn hier los? Hier war doch mal ein Dorf. Das gibt's doch nicht. Hier war echt mal ein Dorf. Kannst du... Kann das sein? Dass hier kein Dorf ist? Ich kann mich doch erinnern, dass hier uns war. Irgendwo. Oder bin ich schon viel zu weit? Ich schau da hinten mal hin. Ich glaub, ich bin schon viel zu weit. Kann das sein? Hä? Ich kapiere die Welt nicht mehr. Hier war doch mal früher ein Dorf. Und wenn nicht, hab ich mir dann bis zur nächsten Folge die Koordinaten rausgesucht und schau mal, dass ich dort irgendwo hinkomme. Ja toll, da sind wieder Kübisse. Irgendwie das Einzige, was ich hier die ganze Zeit finde, sind... Ah! Kübisse. Und mein schönes Dorf. Ja, da. Meine schöne Kirche mit den Sandsteinen. Hier hab ich so... Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz das war schon unglaublich. So. Mal eben hier ein paar Sachen plündern. Die Reifensachen. Ja, den Pfeil nehme ich auch gern mit. So und sonst... Da drüben gibt es noch was. Ja, hier Karotten. Und sonst war es das. So, genau in den Wald da drüben wollte ich rein. Denn ich glaube, hier gibt es sicherlich irgendwo Wölfe. Und wenn nicht, dann... Esschkacke. Wenn nicht, dann ist Schkacke. Ich habe gut erkannt. Ich stolz auf mich. Ich hätte mir ein Bett mitnehmen sollen. Ich hätte mir definitiv ein Bett mitnehmen sollen. Ach, egal. Ja, hier sind Kühe. Toll. Danke. Danke, Minecraft. Und du noch. So, ich darf... Wölfe, bitte. Vielleicht. Oder Schnee. Beides ist mir recht. Mehr brauche ich hier eigentlich gar nicht mehr. in der Overworld nenne ich es mal. Das ist wirklich das Einzige, was ich hier noch brauche, sind Wölfe und Schnee. Sonst kann ich eigentlich... Na gut, ich muss hier noch... Das Ends... Wölfe! Ja. Ich zähle mir gleich ein paar. Ich zähle mir einfach so viele wie Gett. So. Komm schon. Danke. Und einer geht sich sicherlich noch aus. Komm schon. Ja. Okay. Ich habe vier Wölfe. Ich glaube, das Ziel ist mehr als gut erfüllt. Super. Ich hätte mir einen Sattel mitnehmen sollen. Hm. Nee. Der kriegt nichts zu fressen. Nee. Er kriegt nichts mehr zu fressen. Na super. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch... Oh. Ach Mist, der hat mich entdeckt. Ich mache mir einen kleinen Unterschlupf, sage ich mal. Zack. Mache ich mir ein Bett. Ich habe jetzt keine Lust, in der Nacht weiter zu reisen. Gut. Ich bin froh, dass ich schlafen kann. Ich habe jetzt echt keine Lust, in der Nacht weiter zu reisen. Einfach... Nee. Habe ich keine Lust. So, wann sind die Zombies tot? Ich habe jetzt noch ein bisschen... Ja. 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 so und ab geht's weiter ich will jetzt noch schnee finden das ist das einzige was ich noch will aber ich glaube hier jetzt auch ziemlich ein bisschen wärmer also hier drüben mittlerweile ist ja mein kopf das so dass sich die gibt es eigentlich leder ja tatsache brauche ich irgendwas noch leder auch nee ich lass die mal leben ja hier wird es wieder die ganze zeit wärmer also bei meinschaft ist es ja jetzt seit kurzem so seit kurzem so dass die biome temperatur abhängig sind sprich das schnee jetzt nicht direkt neben der wüste ist oder so weil ist ja irgendwie logisch in der wüste ist heiß und dort wo schnee ist ist kalt da gibt es nicht gedacht dass wir so schnell an wölfe kommen waren dann gleich vier wölfe ist ja perfekt okay mit 20 knochen ich meine warum nicht warum nicht schade auch cool aus so will ich jetzt durch ich will durch die wüste laufen ich meine mir bleibt jetzt nichts anderes übrig ich habe rundherum von mir nur wüste und ich würde sagen ich beende den part jetzt auch damit und ja wir werden jetzt hier in den nächsten part ein bisschen weiter laufen so dann sage ich mal danke fürs anschauen ich gehe mich jetzt gleich schnäuzen man merkt dass meine nase lang kommt zu hoch aber nein der von euch ist fast tot du okay gut danke fürs anschauen bis zum nächsten mal ciao ciao